ja wir sind ins neue andere lager gegangen und ich musste die folge teilen habe es nicht geschafft alles in eine folge zu bringen weil die viel zu lang geworden wäre ich habe dann geschaut dass ich das unterbinde und dann gehen wir jetzt in die folge rein und schauen wie weiter weiter kommen schauts logo und dann gehen wir rüber das tor sieht irgendwie aus als ob es kaputt wäre und hier noch was zu essen ja toastbrot vor allem gut kommen wir ein bisschen auf gerade ja hier die torte die fehlt uns ganz stark dass wir hier so zwei pals reinsetzen können gehen wir mal an die kisten gerade hier können wir fast nichts rein tun oder das ist hier schon mal nicht was das für eine munition minderwertige munition munition für waffen muskete und alte pistole ok die nehmen wir mal mit habe ich den honig jetzt neu das wäre cool schmetterlinge die feile können wir hier rein tun können wir das auch hier ablagern die 70 kröten kommen hier bei salatsamen weizensaat kommt hier hin das nehmen wir mit oh schießpulver haben wir einmal gefunden das ist ja schon mal was meine palsälen sind okay leder ist hier nicht drunter das nehmen wir mit das holz kann hier bleiben fleisch galleklau das nehmen wir mit das können wir weg legen alles das kann hier bleiben jetzt haben wir noch hier haben wir noch mal vier lammbauffleisch ok und die feuerpfeile sind ganz nett und der honig finde ich dann auch cool ne gut das heißt hier können wir noch was rein legen oder die bären wegtun ok dass die hier noch das haben das wundert mich die eier können wir auch hier hinladen mehrwert 16 ist ja nix hier ist noch was zum wegräumen gucken wir hier nochmal gerade rein hier ist viel eisenerz drinnen das leder ist hier auch noch aber das leder nehmen wir mit ins andere lager das zement das brauchen wir nicht das nehmen wir vielleicht mit wenn wir es tragen können naja können wir nicht tragen dann nicht aber wir können ja mal gucken ob wir die hälfte mitnehmen können hälfte war shift links klicken ist die hälfte ist auch noch zu schwer jetzt geht es aber äh ist hier noch was interessantes für uns ich glaube nicht ne wollten wir da was loswerden das leder haben wir gesagt nehmen wir mit gucken wir gerade noch in die kiste das ist nichts muss geht ne stromgewehr stoffkleidung noch ungewöhnlich ungewöhnlich das nehmen wir mal mit und das nehmen wir auch noch mit der rest ist jetzt nicht so wichtig können wir noch was hier lassen ne gucken wir mal gerade nach unserem Getreide hier das wird ja so wunderbar angebaut beziehungsweise hier in die Mühle 70 sehr schön dann können die das machen fertig war nichts hier war Reparaturtisch gucken wir mal gerade rein hier fehlen aber die Metallbarren dafür ja kann man alles nicht mal reparieren außer das passt erstmal hier ist nichts fertig soll man sonst noch was machen ich glaube nicht hier wäre Getreide hier können wir noch ein paar Kugeln aufheben ja dann müssen wir das leider alles mitnehmen wenn wir das aufheben schon da hast du schön ausgegraben super ne so geht die Reise nach Hause und da weiter gucken hier können wir noch den Braten einholen und dann können wir da aber bestimmt was Neues machen die Torte geht leider immer noch nicht weil jetzt nur noch Mehl fehlt Mehl hätten wir aber im anderen Lager Gelaufleisch und rote Beeren Was brauchen wir hier? Honig, Ei, Milch, rote Beeren ist alles da mach das mal hier nochmal gerade ins andere Lager und hol nochmal Weizen äh Mehl schon einer Mehl gemacht ich hoffe es ich weiß nicht wie viel ich brauche das ist die Frage da habe ich jetzt nicht aufgepasst es waren nur 3 meine ich oder? ich weiß es nicht reparieren kann man das auch ok komm den einen nehmen wir noch mit und dann wollen wir hoffen dass genug ist äh ne F war falsch C ist richtig so jetzt sind wir hier äh was wollten wir machen? schon vergessen ne? das können wir hier rein stopfen die Torte wollten wir machen das war's ja reicht eine Torte die erste Torte und dann können wir was brüten aber ich weiß nicht da braucht man ganz viel von wahrscheinlich so das nehmen wir mal wieder raus hier liegen so ein paar Sachen drin die da ja gar nicht rein gehören ne? die Munition kommt bei der Muskete mit hin hier haben wir noch ein Palsaft der kann da mit hin 12 Geig ja ok das geben wir den Typis mal hier können wir was hier lassen das Holz ist hier auch falsch dran ne? das habe ich noch woanders die Schießpulver machen wir mal hier hin die Palsälen ok ist hier noch irgendwie was interessantes ja das das Fleisch ist klar ich feile wir mal da grad hin aber sonst noch was das kann hier auch noch raus die ist schon wieder hier drin ne? ah ist das eine schlechte Rüstung? ah guck mal hier liegt einer immer mal wieder was rein ne? dass die das nicht lernen aber das wird schwer sich zu bewegen ne? ja können wir hier was ablegen ja die grüne Feder gehen wir mal wieder ein Stück weiter das können wir hier noch machen da können wir das rausnehmen das Holz nehmen wir auch noch mit die Baum bleiben hier Salat kann hier noch mit hin ist mit der Suppe hier Nährwert 1 schwache Medizin ok nur 3 Zündkerzen hier ne? ja sonst noch irgendwas was hier rein könnte ich glaube nicht einmal bitte zu der Kiste schaffen hier haben wir die Drüsen wir können noch das Holz da wieder rausnehmen und die Feuerflamme da rein hier ist nochmal Eisen drin ne? das passt doch hier auch nicht rein und das passt hier auch nicht rein das können wir mal hier rein tun die können auch noch rein ich glaube ah da ist Steine drin das sollte hier nicht drin sein ich schmeiß mal grad das Ei hier rein ne das müsste schon ausgebrütet sein das können wir gleich tauschen so hier nochmal Steine loswerden den ganzen anderen Kram loswerden jetzt müsste das Gewicht ja wieder passend sein genau so ist es so alles einsortieren hier das Leder haben wir auch noch die Eisenwaren sind hier nicht drin Stoff ist hier auch nicht drin ist noch was ich glaube nicht ich glaube in der Kiste mussten wir noch was machen oder jetzt ist da schon wieder eins der Stoff ist hier also haben wir schon wieder andere Sachen hier rein getan die ich hier gar nicht haben will also das wird immer so bleiben leider so kurz einmal schauen was das einmacht das können wir ausbrüten gewöhnliches Jumbo Ei das ist ein Grintale sobald man hier wie eines Grintals wird leuchtet seine wachsamen Augen sofort auf das ist keine Metapher der Augen leuchten wirklich ok und dann haben wir noch ein Ei ja können wir das rein machen so 10 Minuten alles gut hier ist nichts ausgewählt da wollen wir nichts auswählen jetzt können wir hier nochmal Feuer anmachen 7 7 Stück ok was können wir hier machen die Feuerpfeile würden gehen 2 Stück machen wir auch also 10 sind es am Ende wir gehen hier mal hin aufs V gehen zu ihm hier und können ihn hier maximale LP steigern Angriff steigern Verteidigung oder weiter wir machen ja da das sind jetzt 70 oder 60 mehr das ist schon nicht schlecht der wird immer besser der Typ der gefällt mir momentan am meisten so hier können wir uns noch weiter reparieren und auch noch die Feuerarmbrust aber da gibt es noch keine Feuerdrüse mehr die habe ich leider verpennt die zuerst zu reparieren gut die Torte ist noch nicht fertig die muss noch fertig gemacht werden ich werde die zu für mich ist das viel zu lange dauern dann sind wir erstmal würde ich sagen durch ich mache hier einen Cut ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen würde mich freuen wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid falls ihr noch kein Abo habt macht eins falls euch die Folge gefallen hat gebt einen Daumen hoch macht euch die Glocke an damit wir das nächste Video hochladen gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen kann sein dass ich hier mehrere Folgen raus machen muss das ist schon wieder lang bis dann Ciao ich habe ja noch ein paar ein paar diese gráfice oder die leхt die die